Die Krankenhausreform ist jetzt durch den Bundestag durch. Die von Lauterbrach eingebrachte Reform ist nun durch den Bundestag beschlossen worden. Jetzt muss nur noch der Bundesrat zustimmen, damit das Ganze dann noch umgesetzt werden kann. Krankenhäuser sollen sich damit besser spezialisieren können und unnötige Operationen einfach nur aus Umsatzgründen heraus sollten dann wenige Anreize haben. Die Kliniken erhalten beispielsweise bereits schon 60% ihrer Vergütung einfach nur dadurch, dass sie die entsprechenden Angebote bereithalten. Untertitelung des ZDF, 2020